Das Spitzenmodell von Bosal bietet optimalen Komfort und wird von unten gesteckt. So ist die Anhängerkupplung im abmontierten Zustand unsichtbar. Eine grüne Farbmarkierung am Drehgriff zeigt an, dass der Kugelkopf richtig montiert ist. Mit zwei mitgelieferten Schlüsseln ist ihre Kupplung abschließbar und so gegen Diebstahl geschützt. Die Elektro-Steckdose wird für den Betrieb aus der Parkposition nach unten geklappt. Nach Gebrauch versteckt sie sich wieder hinter der Stoßstange. Schloss aufsperren Betelsofa bietet Ihnen unter anderem schnelle Lieferung, Paketverfolgung, TÜV-geprüfte Qualität mit ABE, Kaufaufrechnung und eine große Anzahl an Produktvideos.